Hi, ich bin David. Willkommen zu einem weiteren Video von boostgetcatalog.org. Seid ihr auch immer wieder unsicher, was die Handzeichen eines verkehrsregelnden Polizisten eigentlich genau bedeuten? Da es im Straßenverkehr nur noch selten zu solchen Situationen kommt, zum Beispiel wenn mal eine Ampel ausgefallen ist, sind viele Fahrer im Ernstfall oft sehr verunsichert. Damit ihr beim nächsten Mal genau wisst, wie ihr auf die Handzeichen eines auf der Kreuzung stehenden Polizisten reagieren müsst, erkläre ich euch in diesem Video, was die einzelnen Gesten bedeuten. Außerdem erfahrt ihr, welche Bußgelder euch drohen können, wenn ihr die Handzeichen eines Polizisten missachtet. Habt ihr euch auch schon mal an einer Kreuzung wiedergefunden, auf der die Verkehrsregelung von der Polizei übernommen wurde? Was war für euch dabei die größte Herausforderung? Teilt eure Erfahrungen doch mit uns in den Kommentaren. Was bedeuten die einzelnen Handzeichen bei der Verkehrsregelung durch die Polizei? Das Wichtigste zuerst, wenn Polizisten die Verkehrsführung regeln, dann haben ihre Zeichen Vorrang vor Ampeln oder Vorfahrtsschildern. Die Polizisten geben euch dann also vor, wer wann und vor wem Vorfahrt hat. Die Gesten eines Polizisten entsprechen dann den vier Ampelphasen. Rot, Rot-Gelb, Gelb und Grün. Eine rote Ampel zeigt euch an, dass ihr vor der Kreuzung halten müsst. Die der Rotphase entsprechende Geste eines Polizeibeamten sieht dann so aus. Er steht mit dem Gesicht oder Rücken zu euch gewandt auf der Straße und streckt dabei einen oder beide Arme seitlich aus. Mit einem Arm kann er zusätzlich eindeutige Winkbewegungen machen, um den Fahrern der freigebenden Strecke zu verdeutlichen, dass sie fahren dürfen und um ihnen die Unsicherheit zu nehmen. Als Eselsbrücke dafür, dass ihr in diesem Fall anhalten müsst, könnt ihr euch den folgenden kleinen Merksatz einprägen. Zeigt der Schutzmann Brust und Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Schaltet die Ampel von Rot auf Gelb um, signalisiert das, dass ihr euch für die Weiterfahrt bereit machen sollt. Danach wird die Ampel auf Grün springen. Das gleiche zeigt euch ein Polizeibeamter an, wenn er immer noch mit Brust oder Rücken zu euch gewandt einen Arm hebt. Bei Grün schließlich dürft ihr fahren. Doch wie lässt sich das auf die Bewegung des Polizeibeamten übertragen? Ganz einfach. Nun dreht sich der Polizist um 90 Grad. Er zeigt also nicht mehr euch Rücken bzw. Bauch, sondern dem kreuzenden Verkehr. Ihr seht ihn nun stattdessen von der Seite. Jetzt dürft ihr fahren. Auch für diese Geste gibt es eine kleine Eselsbrücke. Siehst du des Schutzmanns Hosennaht, hast du freie Fahrt. Hebt der Polizist bald darauf wieder einen Arm, kündigt er an, dass er sich gleich wieder drehen wird. Das entspricht der Gelbphase einer Ampel und bedeutet für euch, ihr müsst das Tempo verringern, vor der Kreuzung anhalten und auf das nächste Zeichen warten. Denn auch bei Gelb dürft ihr die Ampel nicht weiter überfahren. Diese Phase dient nämlich lediglich dazu, dass die Kreuzung geräumt wird. Auch dafür gibt es wieder eine Eselsbrücke. Siehst du einen Arm hochgehen, wird der Schutzmann sich gleich drehen. Solltet ihr also doch einmal an eine Kreuzung kommen, an der die Polizei den Verkehr regelt, merkt euch einfach, Brust und Rücken, Bremse drücken, Hosennaht gleich freie Fahrt. Außer ein Arm ist oben. Selbst wenn ihr jetzt aber für das nächste Mal gut gerüstet seid, rechnet immer damit, dass andere Fahrer durch die Verkehrsregelungen, durch die Polizei verunsichert oder zunächst irritiert sind. Fahrt in solchen Situationen also dennoch stets vorsichtig, aufmerksam und besonders vorausschauend. Welche Bußgelder drohen, wenn ihr die Weisung eines Polizisten missachtet? Missachtet ihr bei der Verkehrsregelung durch die Polizei deren gegebenen Zeichen, dann kann es mit einem Bußgeld von 70 Euro geahndet werden. Zusätzlich kann euch das ein Punkt in Flensburg einbringen. Dasselbe gilt, wenn ihr in einer solchen Situation das Haltegebot eines Polizisten nicht beachtet. Kam es dabei sogar zum Unfall, sind wir schon bei 105 Euro sowie einem Punkt. Fußgänger und Radfahrer müssen hingegen mit weit weniger drastischen Maßnahmen rechnen. Während Radfahrer in der Regel noch 35 Euro zahlen müssen, liegt das Verwahrengeld für einen Fußgänger bei gerade einmal 5 Euro. Konnten wir euch mit diesem Video helfen? Dann hinterlasst uns gerne ein Like. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, könnt ihr sie uns in den Kommentaren unter diesem Video stellen. Und wenn ihr weitere spannende Videos zu Vorfahrts und anderen Regeln nicht verpassen wollt, dann abonniert ganz einfach den Kanal von Bußgeldkatalog.org. Ich freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald!